Hallo zurück Drachenkrieger! In Draco Games spielt ihr nicht nur alleine, sondern kämpft auch mit anderen Kriegern gemeinsam für ein Ziel. So könnt ihr zum Beispiel die Stadt gegen Drachen verteidigen. Der Drache sitzt auf dem Stadttor und wenn ihr einen Angriff gestartet habt, habt ihr einen Tag Zeit ihn zu besiegen. Die Drachen sind sehr mächtig und so lohnt es sich Hilfe von euren Freunden zu holen. Den Link oben könnt ihr E-Mailen, auf Facebook posten oder wie es euch gefällt verbreiten. Dann können euch eure Freunde zur Hilfe eilen. Wenn ihr dann gemeinsam den Drachen besiegt habt, erhaltet ihr euren Sold in Form von Trophäen. Die könnt ihr dann in der Trophäenschmiede nutzen, um eure Gegenstände zu verbessern. Außerdem ist es in Draco Game möglich, dass ihr euch mit anderen Drachenkriegern zu Clans zusammenschließt. Im Zentrum des Clans könnt ihr euch bei anderen Clans bewerben oder selbst einen gründen. Im Clan Talk können sich die Mitglieder unterhalten und jeder Clan hat eine eigene Burg. In der Burg könnt ihr Gebäude errichten, die dann entweder den Drachenkriegern eures Clans Boni bringen oder euch Vorteile im Krieg verschaffen. Ihr könnt nämlich Krieg führen gegen andere Clans. Dazu erklärt ihr euch einfach als Kriegsbereit oder ihr greift einen anderen Clan an. Ihr habt zwei Tage Zeit, den Clan zu besiegen oder euch gegen den Angreifer zu verteidigen. Als Gewinn erhält euer Clan den Goldeinsatz beider Clans und Clan-Ehre. Nach dem Kampf bleibt der Clan noch eine Woche in Kriegslaune. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim gemeinsamen Drachenkampf. Macht's gut und auf in den Kampf! Kennst du schon die anderen Videos zu Draco Game? Einfach aufs Bild klicken. Und abonnier doch den Screencast, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.